Salut, bienvenue mes amis, hier ist Cooles Filmwelt. Heute möchte ich euch kurz als Tipp mit auf den Weg geben, dass es Cooles Filmwelt auch auf Telegram gibt. Ich habe dort einen Kanal, wo ihr vorrangig auch immer schriftliche Rezensionen und Bewertungen zu Filmen von mir lesen könnt. Diese präsentiere ich dort regelmäßig und wenn ihr mögt, könnt ihr jeweils auch gerne in den Cooles Filmwelt-Chat kommen, wo wir uns zusammen persönlich über alles, was mit Filmen und Serien zu tun hat, austauschen können. Wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal auf Telegram vorbei. Ich bin dort jedenfalls täglich on und würde mich freuen, wenn ihr auch dabei wärt. Auf jeden Fall verlinke ich euch meine beiden Links in die untere Videobeschreibung und freue mich darauf, euch vielleicht bald auch dort begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt alle einen schönen Tag. Salut, bienvenue mes amis, eure Kulle.